Wo ist die Schlange? Oh ja, die Kollegen haben das ganze Haus durchsucht, aber konnten sie nicht finden. Und ich muss jetzt gehen. Ciao! Äh, wie jetzt? Lara! Aus! Was war denn das? Hast du Schiss oder was? Ich hab doch keinen Schiss! Ah! Willi! Mach nicht so eine Späße, okay? Na jetzt zwei Schwangenjäger. Danni, hast du meine Stifte? Ah ah. Dein Ernst? Jetzt kann ich stehen bleiben, da ist die Biene wieder. Wir mussten vorher. Philipp!